Meine Zeit im Salzburger Lungau. Entdecken Sie pure Entspannung, lebendige Tradition, sportlichen Genuss, vielfältige Naturkulissen, heimische Köstlichkeiten und familiäre Gastlichkeit. Auf zum Musikpavillon am 14. August 2018 auf dem Marktplatz in Thamsweg. Ab 19 Uhr heißt es Schlagergefühle on Tour. Nathalie Lament präsentiert Ihnen die Zillertaler. Melissa Naschenweng. Stefan Dietl und ihr Aufdreher. Die Himmelsstürmer. Quintett Wirbelwind und Elisabeth Moserholt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der Eintritt ist frei. Wir51-akeren Wirbel. Das war die Himmelsstürmer.